In my mind Toll! Hallo? Sag doch mal! Ja, wir werden nicht allein sein. Ich brauche meine Ruhe. Mein eigener Platz zum Arbeiten. Das dient nicht der einer Arbeitskollegin meiner Mutter. Nadja. Hast du nicht mit? Nein, wirklich. Die Arbeit lässt es nicht zu. Schade. So ein Arschloch. Ich bin so ein Arschloch. Ich habe ein Buch geschrieben. Beziehungsweise das ist ein Manuskript. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir in die Ohren zu hauen. Darf ich es mal lesen? Auf keinen Fall. Also verstehe mich nicht falsch, aber eine falsche Bemerkung hat einen blöden Kommentar. Schon gut. Ich habe es verstanden. Verdammte Scheiße, die spinnen doch. Nadja Stecher ist Bademeister. Echt jetzt? Ich weiß nicht, dass der der letzte Nacht bei ihr war. Na, schon fertig mit der Arbeit? Die ist ja nett, die Nadja. Das macht sich Sorgen. Worüber macht die sich dann Sorgen? Wegen der Waldbrände. Das Asche! Das Asche! Wir kriegen das Feuer nicht unter Kontrolle. Felix meinte, dass heute Nacht das Meer leuchtet. Hast du es schon mal gesehen? Das ist ja nett, die ich nicht unter Kontrolle. Das ist ja nett, die ich nicht unter Kontrolle. Ja, geht es! Ja, ja! Ja! Kann damit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017